Ist nun mal so... Möchtest du den Ton passen? Nein. Schade. Ich kann das auch ansitzen. Das ist kalt, lästig. Ach, lass mich. Das ist doch schön, nützlich am Rücken. Muss ich mir doch nicht sagen lassen, was für mich ermüdlich ist. Ha, ha, ha. Ihr wird doch nur dein Bestes. Möchtest du? Ich auch. Wie wollen die Frauen das immer? Möchtest du früher? Was ist denn heute früh? Das ist der der. Ich bin heute früh. Ja, halb eins. Ne, wann? Es war schön, dass du noch mal da warst. Wie ich wollte. Ne, ich bin... Wann bin ich im Bett halb zwölf? Möhm. Oder wann bin ich im Bett? Oder... Na ja, dann bin ich... Ich bin erst... Um zwei bin ich raus hier. Das hat nicht lange gedauert. Da finde ich mein Ding schon wieder an zu. Ich bin um zwei raus hier. Das wäre sicher. Je, den Tag. Punkt zwölf oder wie auch immer. Punkt neuer. Möchtest du da wohl noch ein bisschen? Hast du ein Dörfer eingestellt vor zwei Jahren oder so? Ha, 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 ha. Dann hab ich... Nee, das ist das... Nein. Noch so nicht. Das ist das... Ja. Ja, ich weiß nicht. Deswegen, dann wird er jetzt anzuklimpern jetzt leid. Oh Gott. Ganz leid. Dann drückst du es drauf und dann ist gut. Das muss auch noch nichts sein. Muss auch noch nichts sein. Hahaha. Ich bin dann in die Neugier gepackt und der... Irgendwie der Tatendrang, dass man rauszufinden, die Tatendrang... Ah, hab ich doch. Er hat ihn doch eingestellt. Es wäre doch... Aber warum tust du doch einfach mal? Nee, aber die... Da hab ich glaube ich hab mal die Anleitung mehr. Ja, ich würde sie gerne nur vertischen müssen. Hahaha. Ja, ist gut. Okay. Ich meine... So ein kleines Scheißdienst, Mann. Aber nein, soll ich das noch mal? Nacht ins... Wo ist denn der Wecker? Die Anleitung wär der Töter. Ja, brauchst du denn nicht. Das ist ja Funkwecker, ja? Na, Funkwecker ist das. Zweiter Error, weißt du? Hm? Dann nur Error und weiter ja nichts. Und Error macht... Piep, 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 piep. Na, der fängt ja leise. Langsam ans Piep, 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 piep. Ganz leise. Ganz, ganz leise. Zwei Minuten oder so. Hahaha. Ganz leise. Manchmal schaff ich's ja auch, wenn ich im Sessel einschlafe, dass ich erst nach 12 Uhr wieder werde. Dann hab ich die Prozedur ja schon überstanden. Das brauch ich nicht gemacht. Ich glaub ich lass euch das Ding einfach... Nee, das brauchst du, sonst kann sie ja nicht schlafen. Hahaha. Wie oft hab ich dich schon gebeten, das mal abzuhändern? Nein, das kann sie ja nicht schlafen. Dann kommst du dir ja keine Reaktion. Das kann sie ja nicht schlafen. Ohhhh. Blöd. Versteht das ja nicht mehr. Ach, hör auf. Huch. 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 Lachen. Huch. 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 Gott, das Ding hat draufgelegt. Ja, kann ich mal erst davor, oder was? Machst du das? Du hast es da draufgelegt. Wenn ich jetzt runtergeschehe. Na ja, dann stellen wir es wieder hin. Warum? Weiß nicht filmen. Genius at work.